Vergrößern, verkleinern Justin Eilers blieb in den vergangenen zwei Jahren bei Werder Bremen ohne Bundesliga-Einsatz. Zur Heberrecht geht die Images Nach zwei Jahren ohne Bundesliga-Einsatz schließt Justin Eilers das Kapitel Werder Bremen. Der 29-Jährige wagt bei seinem Ex-Trainer Valerian Ismail einen Neustart. Justin Eilers verlässt Werder Bremen und wagt nach zwei Jahren mit vielen Verletzungen einen Neuanfang in Griechenland. Der 29 Jahre alte Angreifer schließt sich dem Erstligisten Apollon Smirnes aus der Hauptstadt Athen an und trifft dort auf den ehemaligen Bundesliga-Trainer Valerian Ismail. Beide hatten in der Saison 2013 14. bereits bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg zusammengearbeitet. Eilers war 2016 nach Bremen gewechselt, nachdem er zuvor bei Dynamo Dresden mit 46 Toren in 80 Spielen auf sich aufmerksam gemacht hatte. In seinen zwei Jahren an der Weser bestritt Eilers aber kein einziges Pflichtspiel für die erste Mannschaft. Mehrere Verletzungen, darunter unter anderem ein Kreuz und Innenband Triss, hatten ihn immer wieder zurückgeworfen. với Dardeでa budget Eilers verlässt Werder Bremen und Römer Untertitelung des ZDF für funk, 2017